Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Overwatch Part 34. Heute ist der Showdown, mein letztes Platzierungsmatch. Ich habe bisher 5 gewonnen, 4 verloren. Mal gucken, wo ich denn eingerankt werde. Also gestern war ja wirklich ein Krimi. Mussten glaube ich über 4 Runden gehen. Haben dann schlussendlich gewonnen. Heute möchte ich es eigentlich ohne Krimi machen. Es ist zwar schön für die Zuschauer, wenn es spannend ist, aber für mein Herz ist es überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht. Und... Ja, jetzt wollte ich eigentlich gerade ein bisschen stöbern, aber Route 66. Gut. Ich habe einen Team, der ist Rank 51. Das sieht dann sehr gut aus. Ich glaube, ich gehe wieder um Make-up. Hat's Maul. Ne, ich gehe bestellen. Ruhe. So, ich... Wenn ihr ein bisschen so ein Schlürfen oder so... Das ist mein Capri-Sonde, ne? Ja. Wir haben keinen Heiler und keinen Tank. Ne, das ist nicht das, was ich wollte. Gruppe. Wer war das? Der hier. Den Mutant. Ja, wir haben keinen Tank. Dafür zwei Heiler. Gut, Symmetra. Die kann auch gut Damage machen, aber... Wir brauchen... Ja, was könnte man da ändern? Ja, Symmetra. Was würdest du machen? Probieren wir's aber mal. So. Kommt schon. Mal schauen, ob einer kommt. Sieht nicht so aus. Dann gehe ich hier rauf. Gucken. Hier habe ich wenigstens ein paar Spots mehr. Die haben auch eine Mercy. Das ist gar nicht gut. Ich muss mal heilen. Hey, Lucio. Sag mal, hast du sie noch alle? Ich habe hier eine Mercy. Ihr könnt mich so viel angreifen, wie ihr wollt. Ich habe die Fracht in Sicht. Ich habe die Gegner in Sicht. Was will ich noch mehr? Zack. So einfach. So, schon old. Was willst du noch mehr? Kleine Hure. Hey. Das tut weh. Okay. Autsch. Genau. Du sagst es. Habt das hier noch alle? Helden sterben nicht. Genau. Hat es überhaupt jemanden hier erlebt? Ui. Blöde. Blöde Kuh. So. Ich gehe jetzt rein mit der Old. Juhu. Kommt schon. Das war schon alles? Wo waren denn die? So. Mal gucken, wie lange ich hier durchhalte. Überhaupt nicht. Sie hat mich gesehen. Ja. Das war kontraproduktiv. Aber wir haben einen Teleporter. Und das ist doch schon mal schön. So. Positionieren wir uns wieder hier. Weck mich fett. Ich bin bereit. Ja. Wann schon keiner hier ist. Halten wir kurz. Nachladen. Das sieht gut aus. Nur noch eine Minute. Und der Checkpoint ist so weit weg. Scheiße. Ich muss weg. Ich brauche Hilfe. Jetzt gehe ich ein bisschen als Aufklärer rein. Macht ja auch genug Damage. Ne gute Ult. Respekt. Ja, ja. Ich brauche schon 30 Sekunden. Jetzt sind sie schon wieder alle tot. Ich fasse es nicht. Ui, 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 ui. Nein. Ich muss irgendwo eine gute Position finden. Mein Ultimate braucht noch einen Weg. So. Come on, you bitch. Ja, willst du mich verarschen? 14 zu 2. Ja, na gut. Das ist eigentlich akzeptabel. Ja, gut. Die Hauptarbeit hat ja... Ja. Sehr gut. 25. Also wir müssen den ersten Checkpoint erreichen. Und es ist gewonnen. So, jetzt müssen wir angreifen. Nehmen wir Soldier 76. Okay. Ja, eigentlich alles was sie machen müssen ist den ersten Checkpoint zu erreichen. Und dann... ...haben wir gewonnen. So, sorry. Mein Kapri Sonne. Jetzt ist es leer. Hey, cooler Skin. Nice mercy Skin. Ey. Ein cooles Senjag, das geht in der Zauch. Ein Augenblick für meine Meditation. Okay. Echo Boost. Hört auf mit dem Quatsch und macht euch bereit. Okay. Hahaha. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Anrufe. Begins euch. Kleines Arschloch, du. Scheiß Junkrit. Geh ich halt hier durch. Kein Problem. Oh. Hallo Torbjörn. Und tschüss Torbjörn. Ach, scheiße. Komm schon. Wir müssen nur ein bisschen weiter, wir haben gewonnen. GG. Hahaha. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Crap war der bei uns? Ja. Ja. Okay, ein Kill, zwei Kills. Drei Kills. Drei Kills. Vier. Okay. Er wollte es wissen. Ja. Ordern wir ihn. Das war ein schnelles Rankage. Das war verdammt schnell. Ich bin so, ich habe nur die Hälfte meiner Durchschnitts-Kills in Rankage erreicht. Platzierungsmatches abgeschlossen. Dein Spielliveau 51. Ist das gut? Report Seidberg. Report Seidberg. So, Rank 51. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Alle drei Monate eine neue Saison. Okay. Die Saison endet am 18. August schon. Okay. Okay. Ja, das war's für heute. Das war schnell. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Tschüss. Das war's für heute. Ichgicgeber Hazeka hat. Bis morgen. Bis morgen.